Frisch in einer Beziehung, was ist lang in einer Beziehung? Aussehen, frisch in einer Beziehung. Du bist ein Hübsch, mein Schatz. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Aussehen, lang in einer Beziehung. Geld, frisch in einer Beziehung. Geld, lang in einer Beziehung. Klamotten dalassen, frisch in einer Beziehung. Schatz, kann ich vielleicht ein paar Sachen von dir hier lassen? Ja klar, du weißt, du kannst alles bei mir lassen. Oh, danke schön. Dann gehe ich das hier gleich mal aufhängen, okay? Ja. Danke. Darf ich auch sagen? Klamotten dalassen, lang in einer Beziehung. Freunde, lass das nicht zu. Ey, gleich geht ihr auf jeden Fall. Da können wir uns echt mal alleine haben. So, Schatz, ich lasse noch ein paar Sachen hier, okay? Ja, aber nicht so viel. Ja, danke schön, tschüss. Ja, okay. Puh, ey, endlich ist die weg. Robin, 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 wo bist du? Robin, ey, 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 wo bist du? Hier, hier. Ich dachte, du wärst tot. Ich auch. Das Klo benutzen, frisch in einer Beziehung. Schatz, ich muss ganz dringend aufs Klo. Kann ich mal bitte aufs Klo? Ja, ja, klar. Dann können wir dich hier gut raus. Ja. Oh, hoffentlich hat sie es nicht gehört. Das Klo benutzen, lang in einer Beziehung. Oh, oh, ich muss kacken. Alle waren in Deckel. Evakuieren sie das Gebäude. Ich muss kacken. Oh, oh, oh. Ich muss doch jetzt nicht sagen, ich bin noch gerade im Bad. Oh, oh, oh. Du bist nur ekelhaft, ehrlich. Oh, 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 oh. Alle in Deckel. Oh, 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 oh. Schlafen, frisch in einer Beziehung. Hier kommt der große Löffel. Schlafen, lang in einer Beziehung. Furzen, frisch in einer Beziehung. Oh, 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 oh my god. Warum bin ich angekommen, dass ich Furzen hier so aussprechen muss? Oh, guck mal. Das war aber auch cool gewesen, oder? Oh, mein Gott. Muss ich kacken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Klo ruft mir schon fast. Oh, es ist cool, dass ihr warst. Nein, nein. Nein? Du siehst ja aus als zu schwitzen. Ich schwitze nur... Kurzen lang in einer Beziehung. Guck mal. Oh, Schatz, muss das immer sein? Ja. Oh. Freunde, gib mir jetzt einen Daumen nach oben, wenn ihr einen dritten Teil sehen wollt. Das ist ja mittlerweile schon der zweite Teil. Hier gelangt ihr übrigens zum ersten Teil. Auch super gut bei euch angekommen. Deshalb checkt ihn unbedingt mal auf. Und gebt mir hier und natürlich auch auf dem ersten einen Daumen nach oben. Und schreibt in die Kommentare. Hi. In die Kommentare. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder nächste Woche Samstag. Hashtag Team Mark. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wie, wie. Du bist ein Müll. Wir sehen uns nächste Woche Samstag. Tschüss.